sieht schon ziemlich futuristisch aus alles led würde ich mal sagen dass die haken das aushalten wie die kleine hier kann man dann sehen wie das wie die mittlere achse arbeitet und kästen kommt mir bekannt vor den mist habe ich auch da ist nicht mit zu scherzen mit adblue wo ihr habt zu wenig im tank und er geht auf reserve dann habt ihr ein riesige problemen richtig richtig gedönst dran liebe hergezagsverfahren denkt man dass das bin mir nicht ganz sicher war so zu sehen könnte das kühler für den motor sein auch von den leitungen her kühlwasser nicht schlecht bremsen sehen ja die sind noch alle im laden der zug ist noch nicht leer aber ich weiß nicht ob die heute noch weg fährt das glaube ich nicht und wenn dann wird das heute abend spät wie ich das kenne meistens ja ist das hier so rund 18 uhr aber nagelt mich da nicht drauf fest sagt wieder irgendjemand ja der hat wieder gesagt so und so jetzt kann ich euch gleich nochmal ein lustiges detail zeigen dann braucht man natürlich keine spiegel das ist klar ja ganz schön der klopper 23 meter 2 123 tonnen rot so das so das wars so das war's its